Wir sind einig darin, den NATO-Generalsekretär zu bitten, eine Koordinierungsstelle für den Schutz der Unterwasserinfrastruktur einzurichten. Damit wollen wir auch ein klares Zeichen nach außen setzen. Den Schutz unserer kritischen Infrastruktur nehmen wir sehr ernst und niemand soll glauben dass angriffen ohne konsekvensen bleiben würden. Handler jo om sikkerheten for energiinstallasjoner, og da vil ikke jeg trekke et strengt skille mellom det som er overvann og undervann. Men det er jo denne undervannskapasiteten som kansleren sier. Det er både gassrørledninger, det er teleinfrastruktur, fiberinfrastruktur som er av kritisk betydning. Dette er ikke noe vi kan se med det vanlige øyet, og derfor trenger vi en samordnet innsats for å trygge sikkerheten for denne infrastrukturen.